Ja, hübsch spannende Geschichte und der muss dann halt in so einen Moment einfach auf den Tisch. 7 zu 8, fünfter Satz. Und noch ein Fehler. Das ist mal was die Kante. Und noch mal schlecht bewegt. Ja, war natürlich ein unangenehmer Ball, hat er sehr lange überlegt, was er mit ihm machen soll und dann steht er nicht mehr. Gewegt euch, komm. Und noch einer über den Tisch und damit Hannes und Hermann und Mix schon ausgeschieden. Das würde ich sagen, ist durchaus etwas überraschend. Da konnte man mehr erwarten.